Und es geht weiter bei Pfeffermarik Karlsberg. Wir müssen nochmal zurück und schauen, ob der Professor jetzt endlich wieder da ist. Weil ohne ihn kommen wir im Canyon nicht weiter. Wenn der jetzt immer noch nicht da ist, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wo wir hin sollen. Das wäre ziemlich dämlich. Bitte sagen wir, dass der jetzt wieder da ist. Nein, das ist ja nicht. Das ist ein Problem. Ich weiß nur, dass der Professor mit Katharinisch in den Mammut-Forest spazieren gegangen ist. Und er ist noch nicht wieder zurück. So lange war er noch nie weg. Ich mache mir langsam Sorgen. Ich mir auch, aber das Problem ist, wir kommen da ja nicht weiter. Ich komme ja nicht zu diesem Mammut-Forest. Und hier kann ich nichts anbringen. Oh. Oh. Oh, Moment. Das ist ja geil. Ein Siegwit. Okay, vielleicht bringen wir uns das weiter. Ja, tatsächlich. Geil. Echt ziemlich geil. Ein Sparschwein. Ich kenne das Item sogar. Das war in irgendeinem Gameplay-Video mal zu sehen. Das Breakdancing-Pick. Sparschweinkarte erhalten. Du hast zu viele Karten. Natürlich scheiße. Ja, dann fliegt halt der normale Sprung raus und gut ist. So. Weil die will ich halt schon mitnehmen eigentlich. Eine Glückskratzen-Kopie. Brauchen wir aber eigentlich auch. Nein. Dann fliegt jetzt der Hüpf-Puschen raus. Ich muss unbedingt auch wieder zurück im Museum anbringen und so, dass wir Platz kriegen. Okay, aber wie kommen wir jetzt da hoch? Ah. Oh, da muss ich das anmachen. So, jetzt. Also Sparschwein nehmen wir auf jeden Fall mit. Glückskatzen-Kopie auch auf jeden Fall. Das sind ja doch OP-Items. Und damit haben wir den zweiten Farbstern. Und damit sind wir hier eigentlich schon fertig. Außer halt der Professor, der uns noch fehlt. Aber den werden wir jetzt wahrscheinlich finden. Ich nehme an, dass das jetzt zu diesem Mammut-Forest oder wie das hieß führt. Und wir da auch den Professor treffen. Ja, auf jeden Fall wünschenswert. Ach, wir haben sogar alles umgefärbt. Das ist ja geil. Okay, Mammut-Baum-Forest. Cool. Oder Forst oder wie auch immer. Oh, das sieht geil aus. Ich habe zu viele Items dabei. Das ist nervig hochziehen. Ich habe mir den einen Apel weggeworfen. Von Baum eh nicht zu viele. Okay, Früchte kann man dann sogar vom Baum holen. Die Atmosphäre ist schon geil. Auch mit dem Licht sieht sehr geil aus. Ich habe den Professor und auch Katharin schon hier vorbeikommen sehen. So klein und flink wie sie ist, könnte sie wohl aus ihrem Halsband schlüpfen und ausbüxen. Der Professor ist jedenfalls hinterher gewesen. Aber ich konnte nicht sehen, wo sie hingelaufen sind. Ein riesiges Ding. Und ein Blatt. Sehr ruhig hier. Ruhig heißt meistens nichts Gutes. Wow, wow. Was zur Hölle. Ein Giga-Sprung. Ein Megasprung oder wie auch immer. Großer Sprung, ja gut. Ist ja alles gigantisch groß. Jesus. Aber gut, deswegen auch Mammut. Sag mal Mario, will ich mir das mal ein oder stimmt in diesem Wald irgendetwas nicht? What? Ich kann aber nicht genau sagen, was es ist. Äh, hehehe. Hallöchen. Ah, ich hab's. Mann, man, ja, alles ist riesig. Dann bringen wir ihn mal wieder auf seine normale Größe zurück, würde ich sagen. Alter, der hält auch viel aus. Crap. Okay, ähm. Ich würd' sagen. Zweimal Hüft pushen, soll das tun. Ja gut, oder halt auch nicht, ne? Sche, hehehe. Alter, wie ist Schwede. 16 KP. Ich will den jetzt aber trotzdem mit normalen Items besiegen und nicht mit dem Megasprung oder so. Aufgrund dessen einfach, dass ich gerade hier mal ein bisschen Platz kriegen will. Ist perfekt, um mal ein paar Karten zu verbrauchen. Ich könnte wahrscheinlich auch einfach ein Dings-Item einsetzen, aber das wäre natürlich Verspendung. Oh, der ist, weil der so groß ist, lässt sich da das Timing nicht gut machen. So, jetzt hab ich dich, oder? Gut. Oh, je, je, not bad. Und entsprechend viel gibt der auch. Und ein Farb-Upgrade. Sehr, sehr schön. 280, oder? Ja, 280. Schön. Diese Coins geben trotzdem nur ganz normal eine Münze. Aber hier sieht man meistens die Farbflecken und so gleich. Jesus Christ. Ich zerstör den Doktor jetzt mal noch nicht. Und ich versuch den Gegner nicht mal irgendwie aus dem Weg zu gehen im Optimalfall, aber das darf ich. Okay. Ja, was mach ich jetzt mit dir? Perfekt, um Sticker zu verbraten. Endlich mal starke Gegner. Das wird aber auch Zeit. Weil jetzt hat mir im Spiel bisher ein bisschen gefehlt, die starken Gegner. Ach, was ist das? Oh, warte. Weil die gleich wieder ein bisschen zu stark sind. Ich hol jetzt einen Doppelhammer aus. Also ich werde definitiv nicht gegen alle Gegner kämpfen, weil das ist dann geistesgestört, aber. Okay, die Hälfte hat er. Komm, den krieg mal klein. Sprung und Doppelsprung. So, das wird mir reichen, um dich zu töten, oder? Gut. Hai, hai, hai. So geil hier. Ich finde das cool gerade. Ich finde das gerade echt cool. So, erster Griff. Sag ich, ich setze doch mal den großen Hammer gegen den ein. Okay, das macht ordentlich Schaden. Und trotzdem lebt er noch. Trotzdem lebt der Drecksack noch. Okay. Ja, liegt es auf Anärger zu bekommen. Das ist echt cool hier gerade. Echt eine richtig geile Idee. Auch gameplaytechnisch und alles. Aber ich kann bei denen das Sprung-Tilming nicht so gut ausführen, weil er ist so groß. Das ist echt... Nicht so einfach. Vor allem auch bei Hüpf-Pushen und so. Das ist schwierig. Gibt ja zum Glück auch entsprechend viel Farbe. Aha. Große Hüpf-Pushen halten. Okay, cool. Was passiert denn da, wenn ich die großen Items gegen die normalen Gegner einsetze? Das nehmen wir jetzt gerade so vor. Mit so einem Mega-Hammer auf so einen kleinen Gumba. Und ein großer Huchhammer. Verbraucht halt auch dementsprechend mehr Farbe. Ist ja klar. Ich will auch kurz den Status sehen. 31, okay. Eigentlich wollte ich quasi den Block zerstören, aber egal, so geht's schon. So, ich würde sagen, für dich setze ich jetzt den Huchhammer ein. Also den großen halt. Da hauen wir noch einen kleinen hinterher, für den Fall, dass es nicht reicht. Was? Nein, ich wollte den Huchhammer einsetzen. Vielleicht reicht's auch schon, aber... Ja. Reicht, absolut. Ich hab das noch mal ein Problem mit dem Timing. Jesus. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, ich will jetzt das Kartenrad einsetzen. Ich brauch mal einen Pilz. Ich hab zwar noch zwei, aber ich brauch halt trotzdem wieder Nachschub. So, das dauert jetzt gleich ein bisschen. Da kommt er. Zack. So, den Pilz direkt rein. Und da setze ich mal einen Stachelhelm ein. Ich denke mir nämlich, wenn die auf mich springen, dann ist das vielleicht gar keine so dumme Idee. Was für die Verteidigung zu tun. Seht ihr? Das ist echt keine dumme Idee. So, jetzt kannst du dir so Drecksack. Dreifache kaputt haben, aber würde ich ja wohl killen, oder? Gut. Ich muss mir so eine Art Weg bahnen. Okay. So, den ganzen Weg hier einfärben. Ja, ich würde gerne da oben an die Items rankommen, aber... Geht gerade nicht. Ja, ich komme gerade auch nicht ran. Fast, aber noch nicht ganz. Schade. Wie viel Farbe braucht es denn? Hallo? Also, irgendwie will ich das hier nicht umfärben lassen. Und wenn es jetzt nicht bald geht, habe ich auch keine Farbe mehr. Ich muss den da irgendwie einfärben anscheinend erst, damit der weg kann. Und wenn der weg ist... Resetten sich die Blöcke, das würde mich jetzt gerade interessieren. Nee, tun sie nicht. Schade. Wie komme ich da hoch? Also, ich kann den so auch nicht zerstören, irgendwie. Der steht genau auf dem Fleck, den ich da zerstören muss, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Hier auch nicht. Ist das irgendeine Fähigkeit, die mich größer macht oder so? Geht da sowieso die Farbe aus. So, schön, 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 schön. Hä? Ach, du schon wieder. Oh, du trauriger kleiner Gumba. Kann dir helfen werden? Aus dir mache ich einen traurigen, riesigen Gumba. Der ist also hier für alles verantwortlich. Hast du das gesehen, Mario? Egal, ich habe das gesehen und ich erzähle es dir. Diese Gestalt mit Brille und einem komischen Hut kam angeflogen und hat diesen Gumba vergrößert. Oh, dann hat der alles hier so groß gemacht. Klar ist klarer Fall. Du meinst, das ist dieser Vergrößerungstauber. Das ist dieser Vergrößerungstauber. Ich werde versuchen, nicht mehr so zu schreien. Ja, ich muss dich halt irgendwie killen. Okay, jetzt habe ich ja nicht mehr allzu viel Farbe. Das ist ein Problem. Und ich denke, das ist auch mal eine gute Gelegenheit, mal so einen One-Up-Pilz einzusetzen, ausnahmsweise. Kann ich euch einächern mit einer Feuerblume? So, wie ist es einfach? Sehr schön. Nicht ganz, aber sie hat auf jeden Fall massenweise Schaden gemacht. Okay, dann kriegst du jetzt den Hüftpushen und den kaputten Ham... Ne, wobei, Moment. Nicht diesen Hüftpushen. Sondern noch einen normalen Sprung. Ich hoffe, dass das reicht. Noch lebst du, aber das wird dich doch jetzt killen, oder? Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Okay, dann sind wir los. Und einen großen Hüftpushen. Cool. Ist ja die Frage, ob ich nochmal zurück soll, oder nicht. Großer Huchhammer. Es gibt ja ohnehin zwei Wege. Die anderen sind wir ja noch nicht gegangen. Aber es sieht auf jeden Fall nicht so verkehrt aus hier. Also bis auf das mit dem einen Block Ich muss jetzt auch alles eingefärbt, wenn ich behaupte. Ich muss irgendwie runterfallen. Ja, da unten war noch was. Seht ihr da unten die Linie? Da ist ja auf jeden Fall noch was. Was ist das jetzt? Hm, was ist das denn? Eine Art Kette vielleicht? Der Professor könnte sie verloren haben. Ja, vielleicht vom Hund. Und was macht der Tod da? Ach, du bist der Professor? Äh, hallo. Entschuldigung, wenn ich dich störe, während Sie leise vor sich hin weinen. Aber sind Sie der Professor? Der Professor für Alt-Kramologie? Wir bräuchten eine Erlaubnis, um die Ausgrabungsstelle zu betreten. Für die Wissenschaft. Genau, ich bin der Professor dort, Experte für Alt-Kramologie. Aber das ist egal. Ich sehe es nur, dass mein armes, kleines Katharinchen wiederfinde. Das da ist ihre Kette. Ich hoffe, es geht ihr gut, wo immer sie jetzt gerade ist, mein armes, kleines Katharinchen. Wir haben leider keine Neuigkeiten für sie. Auf unserer Suche nach dem Färfstern ist uns ihr Katharinchen leider nicht begegnet. Können Sie den Weg nach Hause? Vielleicht wartet sie schon dort. Berechtigt, so muss es sein. Sie ist bestimmt wieder in meinen heimlichen Gefilden. Mein Katharinchen ist nicht mehr süß. Sie ist auch unglaublich klug. Sie wusste sicher sofort, was sie tun sollte. Entschuldige mich, aber ich muss mich sputen. Ich kann es kaum ab, um mir liebliches Anblitz zu erblicken. Ich eile, mein Katharinchen. Warten Sie, Professor. Wir bräuchten wirklich diese Grabungserlaubnis. Natürlich, natürlich. Aber dafür müsst ihr euch zu meinem Anwesen bemühen. Ich bin auf dem Weg, mein Katharinchen. Na, der schien ja glücklich zu sein. Hoffentlich wartet sein Katharinchen wirklich zu Hause auf ihn. Also, meine Vermutung ist, Kamek hat ihn groß gemacht, weil ich meine... Schau dir das an. Das ist doch kein kleiner Hund. Der hat sich den Dorsch gefressen mit aller Gewalt. Bestimmt Kamek seine Finger im Spiel. Bin mir da relativ sicher. Ja, gut. Dann gib mir mal den Scheiß da. Müssen wir jetzt im nächsten Part unbedingt noch schauen. Da war wie so ein Stiegschach-Stumm-Münze. Unbedingt noch schauen, dass wir zu dem Dingens kommen. Zu dem anderen Weg. Ach, gleich da drüben. Ach, es führt keinen Weg hin. Schade. Und das war anscheinend doch der richtige Weg. Okay, weil es der erste Stern und nicht der zweite. Ich dachte eigentlich, wir haben Sie ein Secret gefunden, aber anscheinend nicht. Bonsai-Hain. Okay, da gibt es sogar drei Sterne. Was zur Hölle? Okay, ich würde auch sagen, das war es für diesen Part. Danke für Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.